Ach Vorki, jetzt reicht's. Entweder spielst du gescheit oder du machst das Spiel aus. Da sind wir auch wieder zurück, Half-Life in the Woods mit Payne. Ich im Keller sie, oben bastelt irgendwas. Ihr könnt hier zuschauen, wenn ich wundere. Hallo. Hallo. Hallo, wo geht's? Es hat einfach Pfeile in unser Haus. Wiesing. Was hast du für mich? Eine Schusswaffe. Aber irgendwas ist explodiert. Das war nicht ich. Das war's nicht du. Okay. Mal schauen, ob ich mich hier wieder so blöd anstelle. Erstmal, was brauche ich? Nein. Hier habe ich Kohle gefunden. Die muss ich leider mitnehmen, weil das schon wieder eine Rarität ist. Oh ja. Hier war immer ein Übermeister. Ja. Jetzt ist eine Rarität geworden irgendwie. Oh nein. Hat's auch nicht funktionieren? Nein, es regnet. Boah, hier ist irgendwo der Blitz eingeschlagen. Schauen wir mal, ob noch alles da ist. Oder ob irgendwas brennt. Und nochmal. Bei uns so wie es ausschaut. Da brennt es irgendwo anders. Aber Regen ist nicht toll. Regen gefällt mir nicht. Ach, dass es aufhört zu regnen. Regen gehört auch. Im Sommer sagt man, Regen, wann kommst du? Mann, das ist voll das starke Gewitter, ey. Regen, wann kommst du? Was ist denn jetzt, wie der Explosier ist? Hier ist so ein... Akku. Sheepers Creepers. Der war in unserem Wohnzimmer. In unserem Wohnzimmer? Ja. Was macht denn der in unserem Wohnzimmer? Ja. Der wollte bei dem Wetter nicht raus, gibts zu. Ne, der wollte ein bisschen... trocknen sein. trocknen. Hoho. Du ein Auffe. Es ist alles gut, alles gut, alles gut. Hier nicht. Das muss weg. Das muss weg. Das hin und das. Ah. So. So. Ah, das schaut doch schon viel besser aus, oder? Also, ich finde das viel besser. Viel, viel besser. Ich will was machen. Ach, Worgi, jetzt reicht's. Entweder du spielst gescheit oder du machst das Spiel aus. Eins von beiden. Hab ich noch Stein? Nein. Es reibt sich. Hab ich noch Stein? Nein. Es regnet. Irgendjemand lässt immer die Tür offen. Hallo? Please come in. Please make Minecraft great again. Hast du Birkenholz? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Gar nichts. Okay. Da hab ich gar nichts. Das tut mir leid. Wollen wir das hier haben? Ich kann doch nicht zaubern. Rein können? Ja, ist richtig. Dass du noch überbleibst davon. Letztes Mal. Nein, tut mir leid. So, was wollte ich jetzt unten machen? Da kann ich schon mal... Ich kann die Decke machen. Nein, kann ich nicht. Was hab ich denn da? Was ist das? Doch! Ha! Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Decke hinbekomme, ohne dass ich nachdenken muss. Okay, wie war das? Wie war das? Dann ist hier eins komplett weg. Hier. Glaub ich, da waren es fünf. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wird schon richtig sein. Nein, war das... Hä? Das war vier hoch. Ne, sieben. Lass mich in Ruhe. Mann! Mann! Warum sagst du sieben? Was sagst du vier? Ja, weil sieben... Hä? Ich bring mich nicht durcheinander, ja? Sonst bringe ich keine Kohle mehr mit. Irgendwann lieber irgendwie weiß ich nicht. Was? Wo ist das hier hin? Was machst du denn da oben schon wieder? Skeleton! Skeleton! Ja, nicht nur Skeleton, da ist Skeleton, da ist Suizidbombe, jetzt kommt auch noch so ein Hexenmeister. Der ist cool. Ich glaube, das stimmt dieses Mal. Eigentlich kann es mir ja rein theoretisch gar nicht vorstellen. Dass ich das richtig gemacht habe, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich? Doch nicht. Aber so geht es einfacher, wenn man das schon vorbastelt. Genau, da müssen wir hier noch weg. Und alle. Jetzt machen wir erstmal das Licht aus. So und so. Dann machen wir... Nein! Weg! Weg! Mal ein bisschen ruhiger Minecraft. Glaub ich. Also. Sie ist eine White Brickswan. Jetzt müsste ich... Rein theoretisch nach oben und gucken, ob Stein da ist. Hat sie aufgehört zu regnen? Ne. Weißt du, was ich nicht verstehe? Der haut mir einen Debuff drauf mit Abholz. Was? Und Langsamkeit. Hier dran dauert noch 0,00 Sekunden. Weg! Geht nicht weg. Geht nicht weg? Nein, jetzt ist es weg. Es dauert irgendwie viel länger als dran steht. Ist das scheiße. 100. Ja, und das geht dann gar nicht mehr weg. Auch wenn du was isst nicht, oder wie? Doch jetzt ist es weg. Vielleicht ist es Buggy irgendwie. Das ist bestimmt Buggy. Komm. Sag, dass das Buggy ist. Das ist Buggy. Buggy, Buggy. Alles Buggy. Alles Buggy, genau. Alles Buggy, außer Oma. Alles Buggy, außer Oma, genau. Das ist der Typ abglauben. So. So, so, so. 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 Dein. So. 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 die hört man bei mir auch vielleicht drück ich wahrscheinlich nicht ich höre ich ab und zu im TS bei dir ja hallo kannst du mal eine tür zu machen nächstes mal da regnet es doch rein mensch nicht schnell laufen du kriegst wieder hunger die hört mir nicht so habe jede fünf minuten ich hab eh jede fünf minuten dann bin ich wieder voll mit dem essen das klingt jetzt aber nicht als wärst du zufrieden also ich hab stein vergessen das klingt nicht so schickt ein mal ein crispy burger vorbei oder sowas jetzt sind nix dagegen nehmen wir sogar ziemlich mein schiesel ist kaputt wenn ich hätte einfach gern so ein double cheeseburger mit bacon nom nom sein und ich brauche den white brick stein genau immer mal darunter schauen wir das mal aber das sieht schon echt nice aus das toll hier habe ich die hälfte vergessen das wiederum ist jetzt nicht so der bürger okay das stimmt weil ich da ja das ding weg gehackt habe aber ich habe so briggs vorbereitet briggs vorbereitet kriegs vorbereitet genau kriegs vorbereitung nein briggs briggs habe ich vorbereitet products lisa ist nicht was briggs halb着 Zuhause es gehts genau wegen einem stein ich auch das der voll scheiße na egal oben sind noch keine steine fertig da mache ich dabei hier bruchstein genau da mache ich hier den weg jetzt ist auch noch meine spitzhaken kaputt jawohl wenn es wenn es richtig kommt dann kommt es richtig richtig dicke wenn schon denn schon alles andere wäre langweilig was ist schon normal ist viel zu viel auf diesem planeten normal für irgendjemanden close down staub bekommen folge close down staub close down okay close down so close down ich glaube die dritte etage ist auch schon fertig ich glaube das habe ich ja wow also sie ist nicht fertig sieht es hässlich aus noch weil ich kein stein habe man hier stimmt das ne 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 warte mal das stimmt irgendwas nicht wie hoch ist das drei hier ist das auch noch nicht ach so das habe ich nicht gewendet ne stimmt okay okay dann gehe ich mal wieder hoch und schaue ob oben wieder steine verfügbar sind hoffe doch da bin ich bei stufe 20 schon bereite ich hier unten gleich alles vor jetzt müsste es eigentlich rein theoretisch auswendig wissen oder ich glaube ich glaube das ist schon wieder verkehrt also warte 1 2 3 hier war es hoch hast du kannst ruhig mit mir reden Ich kann dich nicht hören. Du musst mich nicht hören. Okay. Du hast schon wieder Zug durchgefahren hier. Jetzt weiß ich, was du meintest mit Zug. Es regnet ja immer noch. Ich verstehe das aber nicht. Wieso hört man hier Züge? Ich bin glaube ich keine Züge. Kannst du mal dein scheiß Licht da wegtun? Bist du müde? Ach was, habe ich Tonklumpen oder so aufgenommen? Gib mir die. Ich weiß nicht, ob das Tonklumpen war. Ja, lass das da drinnen. Ach so, nee. Eintun. Da ist Stein drin. Ja, ich brauche viel mehr Stein. Aber uns geht die scheiß Kohle aus. Kannst du jetzt nicht schlafen? Ist ein Monster in der Nähe. Ich bin ja auch gar nicht schlafen. Hä? Du hast doch gerade ein Bett gebaut. Ah, eins. Und jetzt? Nichts am Herzen. Und jetzt baust du noch ein Bett. Geht nicht. Bitte bau noch ein Bett. Geht nicht. Ich habe gesagt, du sollst bitte noch ein Bett haben. Geht nicht. Ich habe nicht so viel. Ich kriege die Kohle zusammen. Da hast du ein paar Fäden. Fäden? Nee. Tut mir leid. Bei Fäden, da hört es bei mir auf. Da hört bei mir der Spaß auf. Moment. Man kommt hier rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, hier hat das noch ein. Ich wollte vorhin irgendwas bauen. Jetzt hast du es vergessen. Ja. Schauen wir mal. Das macht man immer so. So, ein Sprite. Runter. Hier. Er ist da drüben los. Oh nein. Oh nein. Mann. Ingerahmte schicke Werkpack. Was? Drucksetzer. Drucksetzer. Unter Drucksetzer. Haben wir da jemanden unter Drucksetzer? Auto-Chicel kann man auch bauen, schau. Was soll denn das denn? Wahrscheinlich, dass du da die Steine reinschmeißt, ein Ding auswählst und der macht das dann. Cool. Wie geht das? Auto-Chicel da steht's. Das wäre aber auch cool. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe schon wieder keine Ahnung mehr. Komm hier runter, habe eins drüben. Moment. Komm hier zu. Offen. Oh Gott, ich baue nie wieder sowas hoch. Na, hoch. Hoch intelligent ist es nicht. Es ist auch viel breiter da unten. 2, 4. Müsste es breit sein, nicht 6. Warum ist das? Hä? So, noch einmal. Reisen wir das wieder weg. Zum 15. Mal, glaube ich. Ich habe ein super kreatives Gedächtnis. Boah. Boah. Leute. Könnt ihr nicht mithalten. Na, Pilizilius-Boomst hast du auch noch nicht gefunden, oder? Ne. Ich meine, es ist Lapid-Lapid-Lapid-Lus-Äzer, wie das heißt. Mh. Ne, habe ich noch nicht. Tut, tut, tut mich leid. Und wie baut man so ein Auto-Chicel? Mit irgendwelchem Glas, musst du selber gucken. Okay. Aber wenn ich dir sage, mit dem und dem, dann weißt du nicht, was ich meine. Das ist korrekt. Ne, ich habe da irgendwo einen Fehler gemacht jetzt. Irgendwo. Meine Damen und Herren, ist da ein Fehler drin. Kann ich dir helfen? Kann ich mal schauen. Ja. Sag mal, bitte. Ich komme gar nicht mehr klar jetzt. Du hast nur einen Fehler drin. Schüssel, Steinbrick. Warte. Steinbrick. Das finde ich nicht einmal mehr. Das ist endlich heiß. Das bin ich. Sie hat Blackout. Volle Granate. Voll Gas. Schau mal. Hier, hier oben, ja? Hier. Kannst du mir sagen, was ich unten falsch habe? Auf der, die Ebene da. Oben meine ich. Ich meine nur die Kirche. Ich weiß, ich weiß. Ja. Was? Hier. Ich habe noch eine Wand hochgezogen. Da kann ich noch eine Wand hoch. Und hier auch. Ja. Okay, dann habe ich kein Stein mehr dabei. Stein? Hm? Normaler Stein. Ach, hast du. Aber das stimmt doch trotzdem nicht, oder? Dann gehört das hier auch noch zugemacht. Moment, Moment, Moment. Das stimmt dann eben nicht mehr. Was, was ich meine? Das hier stimmt. Hm? Aber da drüben stimmt irgendwas nicht. Weil das auch drei lang ist. Warte, habe ich das zu breit gemacht? Hm? So? Hm. Eins höher, eins höher. Eins höher? Aber es ist zwar kaputt, aber das macht nichts. Was gehört da hin? Ja, so. Aber hier vorne, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das hier. Das da. Das stimmt nicht. Ah. Jetzt habe ich den Fehler. Jetzt erst stimmt's. Genau. Jetzt ist richtig. Danke, Champagne. Danke dir. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Ich danke dir fürs Zuschauen auch. Und fürs Mitspielen. Und für Chick-Burger essen. Mach's gut. Und ihr haut danke rein. Mach's gut. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.